Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Einführung in die Handels- und Analyse-Software ATAS. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen mit Michael Burgstaller das Event veranstalten können. Er ist ja Experte für den deutschsprachigen Bereich in dem Thema ATAS und freue mich auch, dass wir jetzt auch diese Partnerschaft haben und für FX-Flat-Kunden das Ganze auch anbieten können. Bevor ich kurz weitere Informationen dazugebe, möchte ich mich natürlich auch vorstellen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX-Flat. Aber bevor wir jetzt fortfahren, müssen wir wie immer kurz über den Risikohinweis sprechen, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Das ist ganz wichtig. Unabhängig von dem heutigen Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Wie kurz angedeutet, bevor ich jetzt den Bildschirm übergebe, zeige ich Ihnen unsere Webseite und wo Sie weitere Informationen zu ATAS finden können und insbesondere wie Sie als FX-Flat-Kunde die Plattform auch kostenfrei beziehen können. Die Bedingungen dazu finden Sie entsprechend auf der Unterseite und hier erhalten Sie schon mal Informationen zu ATAS, falls Sie die Plattform noch nicht kennen und hier unten erfahren Sie entsprechend, wie Sie die Software bei uns entsprechend bestellen können und was Sie alles dazu brauchen und wie das Ganze für Sie am Ende kostenfrei werden kann. Ja, den Link dazu werde ich gleich auch entsprechend in den Chat stellen und ja, jetzt übergebe ich sehr gerne den Bildschirm und hoffe, dass die Technik jetzt mitmacht. Wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Ich bin im Hintergrund und werde natürlich auch Ihre Fragen entsprechend vorlesen, wenn es zum Thema passt. Hallo und willkommen. Ich bin Jörg Burgstaller, wie angekündigt, ich bin im deutschsprachigen Raum der Support, bin für technische Fragen da und auch für Weiterentwicklung, was die Plattform betrifft. In dem heutigen kurzen Webinar werden wir einmal durchschauen, welche Grundfunktionen hat die Plattform, für was ist die Plattform, wie verbindet man den Datenfeed mit der Plattform. Einfach einmal grundsätzlich Kleinigkeiten durchsprechen, die wichtig sind für jeden, der sich mit dem Thema mal auseinandersetzen möchte. Fragen sind bitte willkommen, bitte die ganze Zeit fragen, fragen, fragen. Ich schaue, dass ich alles beantworten kann, was so gefragt wird. Der Nelson wird mir das dann weitergeben. Also grundsätzlich, die Handels- und Analyseplattform ATTAS ist für das Orderflow und Volumentrading konzipiert worden. Es ist natürlich auch möglich, damit technische Analyse zu machen. Es ist halt grundsätzlich darauf aufgebaut, in die Kerzen reinzusehen. Ja, also das ist ein Standard-Candle-Chart und in ATTAS hat man sofort die Möglichkeit, in die Candles reinzuschauen und wirklich nachzusehen, was ist an welchem Preis passiert. Ja, das sieht man halt im Normalfall nicht. Mit ATTAS wird es grafisch so aufbereitet, dass man es eben sieht. Es ist grundsätzlich so, man hat eben diese Footprint-Charts, 25 verschiedene Footprint-Charts in ATTAS zur Verfügung, um eben zu schauen, wie Preisbewegungen entstanden sind und wo gewisse Dinge im Chart passieren, die man mit normalen Kerzen nie und nimmer sehen kann. Ja, also man sieht im normalen Kerzenschart einen Tocht und in ATTAS kann man eben reinschauen und wirklich auf den Kontrakt genau, auf das Volumen genau schauen, was ist da passiert. Ja, sind hier Verkäufer gewesen, sind hier Käufer gewesen und so weiter und so fort. Ja, das ist einmal das Hauptaugenmerk der Plattform. Man kann eben hier gucken und nachsehen, wie viel Volumen genau wo und wann gedreht worden ist. Ja, man kann auch nachsehen, ob die Verkäufer oder die Käufer die Überhand gehabt haben in diesem Bereich. Und dann kann man natürlich auch schauen, wer eben im Moment das Zepter in der Hand hat. Grundsätzlich ist ATTAS in Modulen aufgebaut. Ich werde da jetzt ganz kurz durchswitchen, damit wir das einmal alles gesehen haben, was es da gibt. Ja, also das ganz normale Charting mit allen Indikatoren, da werden wir später noch einmal auf das zurückkommen. Das ist eben das erste Modul, das Chart-Modul. Hier hat man die Möglichkeit, verschiedene Volumenprofile, hier hat man die Möglichkeit, Indikatoren hinzuzufügen. Ich glaube, es sind mehrere hundert mittlerweile, ja, zum Teil technisch, zum Teil eben für das Order-of-Loan-Volumen-Trading. Ja, also das ist eben dieses Chart-Modul mit allen dazugehörigen Funktionen, die es gibt. Ja, zusätzlich haben wir hier die Möglichkeit, Watchlisten anzulegen in dieser Plattform. Das ist eben das Watchlist-Modul. Ja, und ganz wichtig, wir haben hier den Smart-Dom. Das ist eben nicht so wie ein klassischer Dom, wie ihr das kennt. Das ist eben der Smart-Dom, der ist frei design- und konfigurierbar. Ja, das heißt, alles, was ich da drin sehen kann und will, kann ich mir so für mich einstellen, dass es wirklich auch Sinn macht. Ja, ich werde da ganz kurz jetzt mal durch ein paar Templates switchen, damit ihr seht, wie das ausschauen kann, ja, wenn man sich damit beschäftigt. Ja, manche haben es gern dunkel, manche gern hell, manche haben gern die Volumenprofile dabei. Es gibt echt On-Mass an verschiedenen Plugins und Templates, die man sich da eben auch reinladen kann in die ganze Sache. Und das ist eben in Spalten und Zeilen aufgeteilt und dann kann man eben hier sich das so einstellen und konfigurieren, wenn man das möchte. Das zum Thema Smart-Dom. Ja, dann haben wir eben das Smart-Tape. Das ist eine moderne Times-and-Sales-Liste. Wir sehen hier den S&P 500 und sehen in Echtzeit, welche Orders hier durchgehen. Wir sehen hier die ausgeführten Market-Orders und die Größen dazu. Das heißt, wenn man einen Kontrakt kauft, sehe ich das da drin. Wenn man so wie jetzt 32 Kontrakte verkauft, sehe ich das auch da drin. Warum ist das Smart? Weil wir hier die Möglichkeit haben und sagen, von dem ganzen Datenfluss, den wir hier haben, möchte ich nur Dinge sehen, die größer wie 10 Kontrakte sind zum Beispiel. Dann kann ich hier von Haus aus schon meine Times-and-Sales-Liste in Kategorien unterteilen. Ich kann sagen, ich möchte sehen, was die Kleinen tun. Ich möchte sehen, was die mittelgroßen Händler tun. Ich möchte sehen, was die ganz großen Händler tun. Zum Beispiel, wenn ich das dann so einstelle, dass ich sage, mich interessiert alles nicht, was ich da sehe. Ich möchte nur Ausführungen sehen über 100 Kontrakte am S&P 500. Dann weiß ich sofort, an welcher Uhrzeit, an welchem Preis gehen große Pakete durch. Das ist das Smart-Tape. Dann haben wir noch das Bit-Ask-Tape. Das ist im Prinzip nichts anderes als wie die Echtzeit-Veränderung von den Limit-Orders, die wir im Chart sehen. Da braucht man im Normalfall nicht sehr oft. Dann haben wir noch All-Prices. Das ist nichts anderes als eine Auflistung aller Preise, aller Volumen und allen Trades in einer Tabellenform. Da kann ich sofort sagen, das höchste und das kleinste Volumen ist auf 4.145 mit 17.703 Kontrakten aufgeteilt in 7.836 Trades. Hier haben wir die Möglichkeit, dass wir das eben in Excel exportieren zur weiteren Bearbeitung. Es gibt viele Kunden, die gehen her und haben eigene Tools, wo sie Sachen auswerten und so weiter und so fort. Dann haben wir hier noch das News-Modul. Das News-Modul ist so aufgebaut, dass es RSS-Feeds von Webseiten einbinden lässt. Das heißt, ich kann auf Bloomberg gehen, ich kann auf MarketWatch, CNBC gehen und kann mir hier eben diese Market News kostenfrei und einfach in die Plattform holen und werde auch informiert, wenn es etwas Neues gibt. Dann haben wir hier noch die Alarme. Fast jeder Indikator, jede Linie kann mit Alarmen versehen werden und hier ist in Wirklichkeit dann die Zentrale, wo dann aus allen Charts die Alarme gesammelt werden und hergezeigt werden. Hier kann man noch einstellen, ob man sich die Alarme via Telegram schicken lassen will, via E-Mail schicken lassen will und so weiter und so fort. Dann haben wir hier noch das Connections-Modul. Auf das werden wir jetzt dann gleich genauer eingehen. Das ist in Wirklichkeit das, was man als erstes braucht, wenn man ATTAS installiert hat. Wenn man ATTAS installiert, kann man ganz normal arbeiten damit, aber es wird sich nichts bewegen. ATTAS braucht einen Daten-Feed und diese Daten von der Börse bekommt der Kunde von FX-Flat vom MetaTrader 5. Das heißt, im MetaTrader 5 wird ein Expert installiert, dieser die Daten nach ATTAS schickt, damit wir sie hier anschauen und auswerten können, aber auch handeln können. Ich werde euch das jetzt ganz kurz zeigen. Also dann gibt es eben diesen FX-Flat MetaTrader. Da macht man einen Future-Chart auf und zieht sich diese Orderflow-Trading-Software auf den Chart. Dann steht hier oben Orderflow-Trading und das war's. Algo-Handel aktivieren. Und der MetaTrader sendet mir die Daten in ATTAS. Auf der ATTAS-Seite hat man hier MetaTrader mit FX-Flat. Und die Sache ist erledigt. Beim ersten Start von ATTAS ist auch noch ganz wichtig, dass dieser Expert Advisor, der die Daten nach ATTAS schickt, installiert wird. Hierzu braucht man nur auf den Install MetaTrader 5 Expert-Files drücken und es wird in die MetaTrader 5 Instatens installiert. Und es braucht nichts weiteres mehr getan werden. Das sind jetzt einmal die Hauptmodule von der Software. Grundsätzlich Order, Straits, Positionen, Strategien, Accounts und so weiter und so fort. Das werden wir einmal in einem zukünftigen Webinar genauer beleuchten, um was es da geht. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einmal genauer diesen Chart. Wenn man auf das Chart-Symbol drückt, kommt der Instrumentenmanager. Also hier kann man sich alle Instrumente, die handelbar sind, eben raussuchen, per Favorit eben vorne in die Favoritenliste holen. Und dann wählt man sich eben den Ticker aus. In dem Fall machen wir das mit einem S&P 500. Ein Doppelklick und es öffnet sich der S&P 500. So, ich mache das groß, dass man es gut sehen kann. Das ist das Standard, das Standard-Charts, das eben jeder sieht, wenn er etwas öffnet. Arthas kann auch ganz anders aussehen. Arthas kann auch so aussehen zum Beispiel. TPO-Charts, Volumenprofile und so weiter und so fort. Also wir haben wirklich richtig, richtig viel Möglichkeiten, sich die Charts eben von der Farbe her, so wie es jeder gern hat, so einzurichten, dass es eben für jeden passt, würde ich mal sagen. Der eine hat kein schwarzer Hintergrundfarbe, der andere kein hell. Im zweiten Icon hier oben haben wir den Selektor für die Timeframes. Arthas kann nicht nur Minuten, Sekunden und Wochen und Monats und Daily Charts. Wir können hier auch auf Tick genau. Wir können uns Charts rechnen lassen, die alle 100 Volumen eine Kerze machen. Wir können uns Charts rechnen lassen, die auf Delta-Veränderung dargestellt werden. Und wir haben eine X-Anzahl von Range Charts mit verschiedenen Algorithmen dahinter, dass man sich eben komplett von der Zeit entfernt, dass die Zeit keine Relevanz mehr im Charts hat und dass man eben das Ganze auf Range Charts aufbaut. Klassische Renko Kerzen, ja, Orderflow Charts, Kumulativ Charts und so weiter und so fort. Arthas liefert auch die dazugehörige Historie. Das ist ganz wichtig, weil es eben hier Volumendickdaten sind. Das heißt, ich kann mit unserer Historie sagen, vor drei Jahren am Montag um diese Uhrzeit zu diesem Preis ist so und so viel Volumen durchgehandelt worden. Das heißt, die ganze Historie, die Volumenhistorie, die liefern wir auch. Und was noch dazu kommt hier, dieses ganze Menü mit den ganzen Timeframes und Chartarten, die kann man sich noch konfigurieren. Wenn einer meint, er muss jetzt am 4-Minuten-Chart handeln, dann erstellt er sich diesen M4-Timeframe und listet ihn hier in der Liste ein. Wenn einer meint, er braucht einen 13-Sekunden-Chart, dann kann er sich den hier erstellen und eben in die Liste einfügen. Und man hat das dann eben hier in seiner Auswahl. Hier, wo man die Timeframes und die Chartarten wählt, kann man auch die Historie wählen. Hier kann man eben eingeben, wie viele Tage, dass man die Historie sehen möchte. Und der zweite Button ist eben das Enddate, wenn man die Folgewoche exklusiv sehen möchte, zum Beispiel. Das ist eben dieser Bereich, der ganze. Der nächste Button ist der Umschalt-Button, wo man eben zwischen Bars, das sind die ganz klassischen Bars, schalten kann. Candles, wie wir es eben gesehen haben. Transparente Kerzen. Wir werden später erfahren, warum das interessant ist, mit transparente Kerzen zu arbeiten. Das ist nämlich in Kombination mit so manchen Indikatoren relativ interessant. Dann der klassische Linien-Chart. Clusters. Dann kommt man eben direkt in den Footprint-Modus, den man auch erreicht, wenn man zoomt. Einen Area-Chart, das ist eben, oder Mountain-Chart, wie es manche nennen. Und eben komplett Hidden. Und diese Option Hidden, da sieht man eben keine Kerzen und gar nichts. Das ist, wenn man mit Profilen arbeitet und die Kerzen aber nicht sehen möchte. Dann kann man sich das hier mit ausblenden. Also bis jetzt alles noch relativ Standard. Der nächste Abschnitt sind eben die Zeichenobjekte. Horizontale Linien, vertikale Linien, Rays, Fibonaccis. Das ist alles, was man eben so zum Zeichnen braucht. Channels. Also es gibt ziemlich alles, was man eben benötigt. An Zeichenelementen. Und man kann sich auch Dinge in den Chart schreiben und so weiter und so fort. Und letzten Endes hat man dann einen Objekt-Listen-Manager, wo man sich die ganzen Objekte verwalten kann. Und jedes Objekt, wenn es angeklickt ist und markiert ist, hat eben mit der rechten Maustaste ein Submenü, wo man eben Farben einzeichnen kann. Also Transparenz, ob das hinterm Chart oder vor dem Chart ist. Das kann man eben mit diesem ganzen Zeichensetting hier machen. Was wir hier noch können, das ist auch relativ interessant, das Zeicheninstrument für TPO and Profile. Ich kann mir jetzt hier einzeichnen, von 15.15 Uhr weg bis jetzt, kann ich mir Volumenprofile wie ein Zeichenobjekt in den Markt legen. Und dann können wir so eben gewisse Areale rauszeichnen und sehen, wo eben das maximale Volumen oder Delta, das lässt sich ja auch frei einstellen, das ganze Profil, durchgelaufen ist. Also haben wir hier die Möglichkeit, im Prinzip Volumenprofile zu malen, so viel man möchte. Und an den Zeichenelementen gibt es hier noch eben das Fixed TPO and Profile. Das kennt womöglich fast jeder von euch. Das ist eben das Profil auf der linken Seite. Auch dieses Profil verwendet man eben in verschiedenen Einstellungen. Hier sehen wir eben den heutigen Tag und sehen sofort, wo das meiste Handelsvolumen stattgefunden hat und wann meine Normalverteilung von dem Volumen ist, also die Value Area. So, dann springen wir einen kurzen Sprung auf transparente Candles und Indikatoren. Shell? Ja? Sag einfach zwischendurch, wenn du ein paar Fragen gerne zulassen möchtest. Na bitte gern, bitte gern. Und ich hoffe, ich bin nicht zu schnell. Ja, ich bin kein Webinar-Profi. Ja, also von meiner Seite alles gut. Gerne können die Teilnehmer ein Feedback schreiben, aber bis jetzt alles gut. Und hier kam die Frage nämlich auf, was den Chart betrifft, ob es möglich ist, hohen totale Linien bis zum Retest zu erstellen. Nein, nein. Es ist nicht möglich, ist aber geplant. Wir haben dieses Retest-Setting angefangen, vor eineinhalb Jahren in alle möglichen Indikatoren und Tools einzubauen. Sprich, wenn zum Beispiel ein POC retestet wird oder sonstiges. Und wir sind jetzt eben dabei, das Ganze auch in den Zeichenobjekten so zu fixieren, dass eben diese Linie nicht mehr weitergezeichnet wird, wenn es einen Preis-Retest gibt. Also das steht bei uns auf jeden Fall auf der Agenda. Okay, sehr gut. Dann gerne weitermachen und hier noch eine Bemerkung, dass dein Dialekt sehr super ist. Ja, liebe Grüße aus Österreich. Ich hoffe, es versteht nicht jeder. Sehr gut. Also, wir waren stehen geblieben, warum gibt es transparente Candles? Es ist ganz einfach, weil es eben in Atas Tools und Indikatoren gibt, die auf Candles malen. Und eins dieser Tools ist eben dieser Cluster Search Indicator. Der ist in Wirklichkeit richtig interessant, weil man damit sehr, sehr, sehr viele Sachen machen kann und weil man sich damit auch Handelssignale generieren kann. Ja, jetzt ist dieser Indikator auf Volumen gestellt und ich kann mir eben in diesem Fall sagen, dass er mir hier nur zeigt, Preise zeigt, da muss ich schauen, S&P 500, 5 Minuten Chart. Ja, Preise zeigt, die genau 5.000 Kontrakte gehandelt haben. Ja, also in dem Fall 5.000 Volumen sind hier und hier bei der heutigen Session zustande gekommen. Ja, und wenn ich eben transparente Candles habe, dann sehe ich das natürlich besser, als wenn ich jetzt normale Candles habe. Und dieser Cluster Search Indicator macht dann nichts anderes, als, ich mache kurz, ich mache kurz was auf, Moment. So, wir sehen jetzt gerade wieder live, was Market durchgeht. Und was Market durchgeht, wird ja natürlich abgetragen in den Preisen. Wenn man hier reinzoomt, wird mir das hier, und wenn ich das auf Volumen stelle, Moment. So, dann wird mir das ja hier, ich zoome rein, dass jeder gut sehen kann. Das ist eben das Orderbuch hier. Und hier sehen wir, es wird genau jedes Volumen, das gehandelt wird, wird abgetragen. Ja, und hier sehen wir, wie viel Volumen und welches Volumen gehandelt worden ist. Was über das Tape läuft, das sind eben die Market Orders, die hier abgehandelt werden. Und hier sehe ich pro Preis, was passiert. Ja, im Umkehrschluss kann ich dann hergehen, eben mit diesem Cluster Search Indikator, und kann mir eben im Nachhinein hier zeigen lassen, wo ist denn was passiert. Also wenn ich zum Beispiel auf der Suche nach großem Volumen bin, ja, dann kann ich mir das im Cluster Search Indikator eben pro Instrument, wie es eben vom Volumen her ist, ja, in dem Fall ist das heutige Volumen vor 5000 hoch, ja, und das ist zweimal vorgekommen. Und ich kann hier natürlich auch sagen, ich möchte nur hohes Volumen sehen mit bullischen Kerzen, bärischen Kerzen, ja. Ich möchte dieses hohe Volumen sehen, wenn es über zwei Kerzen oder zwei Preisen vorgekommen ist. Das ist auch interessant, wenn man versucht, dünnere Märkte über das Volumen zu glätten, ja. Die Location, also am Hoch, am Tief, am oberen Tocht, am unteren Tocht, das ist im Prinzip das Google für das Volumen, ja. Also hier kann man wirklich alles suchen, was eben Volumen betrifft, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann natürlich nur auf der Bit-Ask-Seite oder das Delta suchen, ja. Oder wie viel Zeit, dass der Preis dort braucht hat. Also hier kann man eben relativ gut sehen, was passiert. Ich kann hier ganz kurz einmal was zeigen, ja. Ich versuche es zumindest, wenn mich der Markt lässt hier. So. Ich schalte wieder um auf normale Candles im Moment. So, ich hoffe, man sieht jetzt einigermaßen gut, dass diese Bereiche hier markiert sind, ja. Und hier sieht man eben, dass hier dreimal vorgekommen ist, dass ein Delta über 1000 gehabt hat. Ja, das ist jetzt die ganze Handelssession nicht vorgekommen. In dem Fall ist es hier dreimal vorgekommen und hier unten ist es auch nochmal vorgekommen, ja. In dem Fall würde ich das so interpretieren, dass hier dreimal eine erhöhte Anzahl von Käufern da waren, ja. Positives, hoches, positives Delta. Das heißt, es ist jeweils um 1371, 1316 und 1008 mehr gekauft worden, wie verkauft worden, ja. Und der Markt ist aber dann abgeschmiert. Das heißt, die Käufer, die hier drin sitzen, müssen am Weg nach unten irgendwann einmal klatschstellen, ja. Oder sollten klatschstellen. Und hier haben wir genau das Gegenteil gehabt. Hier sind unten die Käufer in den Markt gekommen. Wir haben noch einen tieferen Retest gehabt von dieser ganzen Geschichte und unten und der Markt ist wieder gestiegen, ja. Und das sind halt Sachen, die man mit normalen Candles nie und nimmer sieht, ja. Und wenn man sich das Thema jetzt genauer anschaut, macht es umso mehr Sinn, wenn man es eben mit klassischen Ansätzen wie der technischen Analyse und sonstigen Geschichten, die es gibt, eben kombiniert. Weil damit hat man eben zusätzliche Träger und zusätzliche Informationen vom Markt, die man so eben nicht gehabt hätte, ja. Es gibt dutzende Ansätze und Strategien, die eben auf diesen Dingen beruhen. Aber für das sind wir halt nicht da. Wir machen halt kurz einmal die Plattform durch, was sie alles kann, ja. Also man hat mit dieser Plattform echt ein Toolset, wo man dann eben wirklich den Markt zerlegen kann in seine Einzelteile, ja. Und eben wirklich sieht, wo was passiert, ja. Und naja, im Nachhinein ist man immer ein bisschen schlauer. Man sieht aber trotzdem, warum was passiert, ja, zum großen Teil. Und man kann sich das relativ gut aneignen, wenn man das ein bisschen studiert und macht, ja. Lieber Nelson, haben wir noch ein, zwei Fragen zum Chart? Ja, wir haben sogar drei Fragen gehabt. Eine hast du jetzt gerade beantwortet, nämlich was genau ist Delta? Und ansonsten haben wir noch, kann man eventuell von Atas schon fertige Vorlagen, Templates, wie beispielsweise den TPU-Chart herunterladen? Wir haben ja einige Templates auf der Atas-Webseite, aber ich denke, wir werden da ein paar zur Verfügung stellen, eben speziell für FX-Flat-Kunden, ja. Also die sollten dann jeder kriegen, das TPU und die anderen Geschichten. Die können wir zur Verfügung stellen. Es gibt auch im Internet einige, aber wir können da speziell für eure Kunden ein paar erstellen. Ja, super. Und die zweite Frage ist, können auch mehr als ein Markt mit Echtzeitdaten gleichzeitig versorgt werden? Ja, natürlich, natürlich. Ja, also wir haben das getestet. Es ist 8, 9, 10, 11, 12 Märkte, sollte kein Problem sein. Die kann man simultan anschauen. Man braucht auch nur im Meta-Trader eben in einem Markt diesen Expert Advisor, ja. Sollte kein Problem sein. Okay, super. Dann gerne weiter. Dann gerne weiter. Also das wäre eben dieser Cluster-Search-Indikator. Und wie gesagt, der ist halt relativ, relativ mächtig, würde ich mich jetzt sagen trauen. Und wenn man die Steuerungstaste drückt und eben über diese Cluster fährt, die der Indikator markiert hat, kann man sich hier noch anzeigen lassen, was genau hier los war. Ja, ich möchte noch ganz kurz am S&P 500, von mir aus am H4-Chart, kurz was zeigen. Ja, es dauert eine Sekunde, bis ich das gesettert habe. Wir haben hier jetzt am S&P 500 4-Stunden-Chart die Candles umgeschalten auf Volumen. Das heißt, alle 4-Stunden-Candles, die ich hier sehe, ist in Wirklichkeit ein echtes Volumenprofil. Ja, und das ist jetzt schon sehr interessant für Leute, die sich eben mit Volumenprofilen auskennen und damit arbeiten. Aber es wird noch viel interessanter. Ich mache mal kurz hier den Hintergrund finster, dann wird es für euch besser zu sehen sein. So, und das weg. So. So, jetzt haben wir eben pro 4-Stunden-Kerze, haben wir hier ein Volumenprofil generiert. Und ich nehme jetzt eben wieder diesen Cluster-Search-Indikator und möchte jetzt rausfinden, in welchen Bereichen relativ viel gehandelt worden ist. Und dazu muss ich da jetzt ganz kurz ein paar Settings einstellen. Es dauert einen kleinen Moment. Vielleicht kann ich einfach ganz kurz ein paar Fragen, die ich bekommen habe bezüglich FX-Set für alle nochmal sagen. Also ja, die Aufzeichnung werden wir zur Verfügung stellen, wenn alles soweit geklappt hat. Dann kam die Frage auf bezüglich der Kosten der Marktdaten, also für Eurex 20 Euro und CMI 30 Euro. Und Sie haben auch die Möglichkeit bezüglich der Marktdaten, auch diese Kosten auch zurückzuerhalten mit der entsprechenden Aktivität. Dazu stelle ich gleich eine Linke in den Chat. Und ansonsten ist die Plattform natürlich kostenfrei, also MetaTrader 5 ist gemeint. Also und jetzt haben wir hier mittlerweile den Cluster-Search so eingestellt, dass er mir eben in die Volumenprofile reinzeichnet, wenn über zwei Preise über 28.000 Kontrakte gehandelt worden sind. Wird sich jetzt wahrscheinlich irgendwer fragen, warum ist denn das interessant und warum ist denn das wichtig? Ich zeichne jetzt einfach einmal grob in den Chart rein. Deswegen sind diese Bereiche interessant und sind diese Bereiche wichtig. Auch über eine längere Zeit. Natürlich wird jeder Bereich irgendwann einmal gebrochen. Aber es ist immer interessant zu wissen, wo ist das Volumen unterwegs. Das ist jetzt natürlich nicht der heilige Kral, aber es sind einfach Informationen, die sehr, sehr wichtig und interessant sind. Weil diese Informationen, auch wenn ich es jetzt im Nachhinein einzeichne, man sieht, dass dieser Markt diese Informationen berücksichtigt. Hier sogar noch zwei Tage vorher oder einen Tag vorher vorher. Und ATTAS macht in dem Fall nichts anderes und das ist eigentlich unser Credo, komplizierte Marktdaten so aufzubereiten, damit man das visuell relativ schickt und schlau verarbeiten kann. Man sieht es so einfach nicht. Und vor allem sind das Informationen, die habe ich vorher und nicht nachher, wenn es dann schon zu spät ist, dass ich das im Nachhinein einzeichne. Ich sehe die Dinge vorher und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, vier Stunden Candles vor, nachher, nach dieser Information hat diese Information Relevanz. Und das ist zum Beispiel ein Ding, was an jeder hernehmen kann in seinem Arsenal zur Marktbewertung und zur Analyse von einem Markt. Das ist jetzt einfaches Volumen. Und man kann sich das natürlich dann mit weiteren Indikatoren, also ich sage nicht, dass viele Indikatoren Sinn machen, wenn man viele verwendet, aber wenn man einige verwendet, dann macht es durchaus Sinn. Denn wir lassen uns hier mit den Maximum Levels zum Beispiel immer das Maximum in den Chart eintragen. Also in dem Fall möchte ich wissen, was war gestern das maximale Volumen? Das ist da oben. Hier möchte ich wissen, heute, das machen wir von mir aus rot, was war heute das maximale Volumen? Und da sind wir hier. Und dann möchte ich noch wissen, was haben wir heute für einen Wochentag? Heute haben wir Dienstag. Von mir aus Current Day. Von mir aus machen wir letzte Woche. Und dann wissen wir instant, wo sind die maximalen Volumenbereiche von gestern, von heute und von letzter Woche. Und nachdem der Marktvolumen immer berücksichtigt, sind diese Informationen einfach sehr wertvoll. Ja, und man hat sich halt hier innerhalb von kurzer Zeit mit ein paar Mausklicks kann man relativ viel Informationen aus dem Markt holen, die man eben so am Kerzenchart nicht hat. Und wir reden hier eben über reales Marktvolumen von der Börse. Ja, also die Dinger, die sitzen. Das ist eben so ein Anwendungsgebiet. Wir machen jetzt einen Schritt zurück. Ich lösche da alles raus. Vielleicht noch ganz kurz die Frage zu dem Thema, ob damit der POG gemeint ist. Ja, Maximalvolumen ist der POG. Point of Control. Genau, wir wollten das jetzt da beenden hier. Diesen Chart-Typ und möchte was versuchen mit euch. Und zwar gehen wir jetzt noch auf den 5-Tick-Chart. Ich muss mir nur kurz die Historie holen. Ich hoffe, ich habe nicht so viel eingestellt. So, sind wir schon hier. Wir machen diesen Tick-Chart zum Line-Chart. In dem Fall. Und wir laden uns den DOM-Levels-Indikator in den Chart. Das ist jetzt eher wieder interessant für relativ kurzfristige Händler. Was sehen wir hier? Wir sehen hier die Preisbewegung und eine Heatmap. Also in Farben abgetragen. Wie viel ist denn eigentlich im Orderbuch? Wir können uns jetzt das Orderbuch anhand von Depth of Market auch noch einblenden. Jetzt sehen wir auf der rechten Seite abgetragen, eben wie viele Stücke liegen denn im Markt, zu welchem Preis. Und der DOM-Levels-Indikator, den ich hier jetzt eben über den Chart gelegt habe, der macht nichts anderes als wie, der merkt sich das, was, wann, wo war und macht eben eine Heatmap drauf. Und das kann sehr, sehr interessant sein, eben um gewisse Levels, wo viele Marktteilnehmer drin sitzen und auf Ausführung warten, schnell und visuell auch wieder schön aufbereitet zu sehen. Man sieht auch hier zum Beispiel, dass dieses Paket von drei großen Orders hier sich mit dem Markt mit nach unten bewegt. Man kann auch hier sehen, wenn Spoofing betrieben wird. Man sieht hier, wenn gewisse Algorithmen reinkommen, man sieht das einfach, wie sich die auf der Preisskala abarbeiten. Ja, und man kann sich das natürlich auch auf einen Fünf-Minuten-Chart legen, aber dann ist man halt nicht mehr so nah am Markt. Ja, dann hat man halt die Levels am Fünf-Minuten-Chart eben mit großen Ordern. Und hier gibt es natürlich auch wieder, also ihr könnt wahrscheinlich ein Webinar fast für jeden Indikator hier machen, x Einstellungen, die man treffen kann. Natürlich sehr abhängig von dem Markt, den man beobachtet und analysiert. Hier sieht man halt jetzt genau in dem Moment, das ist gut, dass wir da gerade zuschauen, dass eher in etwa 20 Tics oben und unten jeweils ein Dreierpaket mit dem Markt mitläuft. Ja, also da versucht auch wieder wer Spoofing zu betreiben und man sieht sofort, dass weiter oben hier auf der Ask-Seite überproportional viele warten. Ja, und das ist zum Beispiel jetzt nur ein Indikator, der eben, für das da ist, dass man eben reinschauen kann und auch bis auf die Ebene der Algorithmen schauen kann. Ja, ein weiteres Gebiet wäre zum Beispiel die Möglichkeit, einige von euch kennen sicher COD-Daten. Ja, sowas ähnliches gibt es eben für Volumen auch. Ja, also ich mache jetzt kurz mal, ja. Bevor du ganz kurz zum nächsten Punkt kommst, noch eine Frage zum letzten Bild. Sind das rechts bereits getätigte Käufe, Verkäufe oder die Limit Orders, die im Markt auf Ausführung warten? Auf der rechten Seite hier sind die Limit Orders, die auf Ausführung warten. Ja, also jede Nummer, die da drin steht, also jede Zahl ist im Prinzip, hier warten 272 Leute. Ja, und hier warten 272 Leute. Und hier warten 201 Leute oder ein großer mit 201. Eben, das weiß man eben nicht. Ja, also wir wissen jetzt nicht, ob das 200 mal ein Kontrakt ist, der hier limitiert wartet, oder ob das ein großer ist mit 200. Und das ist dann halt interessant, in der Verbindung mit dem Tape sieht man das dann. Wie viel Prinz kriege ich dann rein? Das ist, also auf der rechten Seite hier sehen wir eben das Orderbuch. Das ist das Gleiche, was wir sehen, wenn wir den Dom aufmachen. Im Dom sehen wir es halt anders dargestellt. Im Dom sehen wir es so, ja. Das ist der klassische Dom. Alles, was da auf der unteren Seite blau ist, ist hier grün. Alles, was hier rot ist, ist hier rot. Und hier sehen wir im Prinzip, was eben ausgeführt wird. Wie viele kaufen von der Ask-Seite, wie viele verkaufen in die Bild-Seite. Und hier in der Mitte sieht man eben im Prinzip das, was man am Tape sieht, von den Ausführungen her. Kommen wir mal später noch einmal kurz zum Dom. So, jetzt habe ich den Schuss verloren. Was wollte ich machen? Mir fällt es wieder ein. COT-Daten hat es. Genau, die COT-Daten. Also die COT-Daten kennen einige von euch. Und es gibt eben so etwas Ähnliches für die Volumenanalyse. Da gibt es einen Indikator, der heißt Multi-Market-Bauers. Ja, ein Stunden-Chart wird es besser sein. Kurzen Moment. So. Sieht jetzt natürlich sehr verwirrend aus. Was mache ich da? Ich kann mit Multi-Market-Bauers definieren. Ich kann mir zwei Gruppen definieren oder drei Gruppen definieren von Marktteilnehmern. Ich kann jetzt sagen, ich möchte sehen, ob die Marktteilnehmer, die zwischen einen und fünf Kontrakten handeln, von der Größe her, eher mehr Long positioniert sind oder eher mehr Short positioniert sind. Ich kann mir auch einstellen, dass ich sehe, alles, was ab 100 Kontrakten handelt, ist im Normalfall schon mittel bis groß. Wie handelt der? Und ich habe eben hier meine Filter, mit denen ich das machen kann. Für die Einfachheit machen wir es nochmal mit zwei Filtern. Ich sehe jetzt eben auf der blauen Linie, wird man schwer sehen, ich mache eine andere Farbe draus. Auf der blauen Linie sehe ich Marktteilnehmer, die eben zwischen null und fünf Kontrakten handeln. Und die rote Linie stellen wir uns jetzt ein, was wird ein großer Händler sein, der was ab 20 Kontrakte bis 500, also die ganz großen Kontrakte handeln. So, also, rot, kleine, nein, rot, große und blau, kleine Marktteilnehmer. Und mit diesem Indikator wird eben zerrissen aus der Times and Sales Liste, dort, wo das ja alles drinnen steht von den Ausführungen her, große Ausführungen, kleine Ausführungen, Uhrzeit und so weiter. Hier kann ich mir dann eben Linien zeigen lassen, die mir sofort sagt, dass die blaue Gruppe hier noch immer am Verkaufen ist, obwohl die rote Gruppe hier zum Kaufen anfängt. Ja, können wir nochmal schauen. Die rote Gruppe sind die großen und die blaue Gruppe sind die kleinen. Natürlich ist das kein Handelssignal, aber es ist halt immer sehr interessant, auf allen möglichen Märkten zu schauen, wie sich bestimmte Gruppen von Händlern verhalten. Also, die kleinen, so wie ich, ja, eins bis fünf Kontrakte, dann gibt es ein Mittelfeld und dann gibt es eben die schweren Jungs. Und so sieht man halt, ob die schweren Jungs eher mehr verkaufen oder kaufen im Moment. Und das kann auch interessant sein. Ja, und das ist auch eine Volumenanalyse, ja, nur eben anders. Und es gibt halt sehr viele, sehr, sehr viele Ansätze, die man damit machen kann, ja. Das wäre es jetzt einmal für diesen kleinen Ausflug in den Market Powers Indikator. Zum Thema DOM, weil das gerade vorher gekommen ist, ich werde das jetzt nochmal aufmachen. Im DOM sehen wir im Prinzip das gleiche wie hier. Oben die Ask-Seite, unten die BIT-Seite, in der Mitte die Ausführungen. Wenn ich mir jetzt das, und wenn ich den DOM nicht verwende, dann brauche ich eben am Chart diesen Indikator, dass ich die Markttiefe sehe, die BIT- und Ask-Seite. Und ich brauche jetzt aber auch ein Tape, damit ich sehe, was ausgeführt wird. Ja, und so manche Profis arbeiten nur mit dem DOM. Ja, die schauen halt ganz genau, was ist da drinnen los im Orderbuch, was steht drinnen und was wird ausgeführt. Und was Atas natürlich auch kann und was sehr interessant sein kann, ist nicht nur zu sehen, was jetzt los ist. Das kann ja jeder. Ich kann einmal mir die Änderung, die Changes sagen lassen. So, ich muss das nur kurz konfigurieren. Ja, das ist Ask, das passt und das machen wir BIT. Schieben das da rüber, damit wir sehen, was los ist. So, die Ask-Seite schieben wir auch noch. So, das müsste jetzt passen. Jetzt machen wir da kurz diesen und diesen. So, wir sehen jetzt hier, das ist noch ungefiltert, deswegen ist da ziemliches Chaos. Wir sehen jetzt in Echtzeit, wie viel abgezogen und draufgelegt wird auf diesen ganzen Preisbereiche hier. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel live sehr schön, dass hier extrem viel reingelegt wird. Ja, also wird hier gerade richtig viel im Limitbuch nachgeschoben, wenn es gekauft wird. Die Verkäufer, die versuchen gerade im Moment diesen Preis zu clearen, dass wir die vergehen. Und hier wird gerade aufgeschoben. Das ist eben so eine, man kann auch sagen Eisbergorder. Ja, wir haben im Buch drinnen 50, aber es werden 2, 3, 400 nachgeschoben. Es wird nachgeschoben, nachgeschoben, nachgeschoben. Und auf der anderen Seite aber auch. Ja, hier haben wir 52 drinnen, es wird einfach nur nachgeschoben. Das heißt, jetzt ist gerade, man könnte sagen, ein kleiner Kampf im Gange. Ja. Sehr viel Volumen, gerade auf beiden Seiten, die eben in das Orderbuch nachgeschoben wird, weil wir wissen, wenn im Orderbuch eine Null steht und wer verkauft, dann werden wir wieder einen Downtick kriegen. Das heißt, wenn alle Dinger da drinnen, alle Orders aufgefressen wurden, dann gibt es entweder einen Uptick oder einen Downtick. Und hier sehen wir halt in Echtzeit, wie sich das verhält. Ja. Hier sehen wir, dass da sehr viel in den Markt geschoben wird. Man sieht aber auch, wenn ein Minus davor steht, wenn wer seine Positionen abzieht. Ja. Ich weiß, das ist ein bisschen für die schweren Jungs, sage ich mal so, aber das sind interessante Dinge, die man sich anschauen kann, die was für manche Märkte wirklich gerade den Unterschied machen können, ja, ob was funktioniert oder nicht funktioniert, wenn man eher recht kurzfristig unterwegs ist. Ja, das ist sehr interessant. Und was wir natürlich auch können, hier haben wir ziemlich viel Rauschen drin. Das heißt, es ist sehr viel Bewegung, die nicht wirklich was aussagt, ja. Wir können natürlich das Ganze filtern, ja. Wir können einmal Auto Clear machen. Das heißt, bei jeder Tickbewegung wird einmal alles gelöscht, was drinnen ist. Und, ah, das ist ein Filterprogramm, ja. Man kann natürlich hergehen und sagen, ich möchte das filtern. Ich möchte nicht sehen, wenn es nur eine Bewegung gibt, also wenn ein Kontrakt hinzugefügt oder abgezogen wird. Ich möchte sehen, wann es dann mindestens zehn sind, ja, zum Beispiel. Und machen wir mal zehn rein, man wird gleich sehen, es wird nicht mehr so viel Bewegung drin sein in den ganzen Dingen, ja. Aber man sieht gerade, dass hier abgezogen wird und hier drauf gesteckt worden ist, wenn man eine Abdeck kriegt. Also das ist halt, näher am Markt geht es ja dann nicht mehr, ja. Man sieht das hier. Und wenn wir zum Beispiel 100 Limits im Markt haben und die von hier nach hier verschieben, dann sehen wir das. Dann haben wir hier minus 100 und hier plus 100, ja. Also das sind halt so die Kleinigkeiten und die Finessen, die eben Atters auch kann. Es nutzen halt diesen Smart-Dom, so wie er hier jetzt gerade steht, deswegen relativ wenig Leute, weil es dann doch sehr, man muss sich beschäftigen damit, ja, auf jeden Fall. Nelson, haben wir Fragen? Wir haben zwei Fragen, die sind aber mehr, da sind mehr deine Erfahrungen da gefragt. Und zwar, wie aussagekräftig sind die Volumendaten bei Micro ES oder sollte man lieber den Mini ES berücksichtigen und dort die Volumendaten benutzen? Nein, ich halte es jetzt eher so wie in der Politik. Nehmen wir an, wir haben jetzt eine Umfrage zur nächsten Wahl. Was wird aussagekräftiger sein, wenn ich 100 Leute befrage oder wenn ich 10.000 Leute befrage? Dann wird wahrscheinlich jeder antworten, naja, die Umfrage mit 10.000 Teilnehmern wird detailreicher und genauer sein, als wir die mit 100. Und deswegen würde ich so halten, auch wenn man den Mini handelt, macht euch den Großen auf, weil sie laufen doch zu 99% gleich und sucht euch diese Preisbereiche im Großen, ja, und überträgt die halt in den Kleinen, ja. Und somit kann man das ein bisschen übergehen, weil, wie gesagt, Mikro und Mini und die ganzen Dinger, die jetzt nicht wirklich sehr liquide sind, sind eh in Wirklichkeit nur Märkte, die den großen Märkten nachlaufen, ja, das muss man ja auch wissen. Also der Mini wird nicht dem Großen den Takt vorgeben. Deswegen, meine Empfehlung und meine Erfahrung ist es eher auf diesen, umso mehr Volumen, umso genauer, ja, sagen wir es einmal so. Die andere Frage, du hattest das Stichwort ein paar Mal erwähnt, ob du kurz erklären kannst, was Spoofing im Orderbook bedeutet. Spoofing, Spoofing ist eine Aktivität, die eigentlich verboten ist, ja, also nehmen wir mal an, wir haben ein riesengroßes Konto mit mehreren Millionen und ich lege dann eben meine 200, 300 Limit Orders in den Markt. Mit dem Vorwand, diesen Markt dadurch zu manipulieren, ja, wenn man sich das, wenn man sich das hier eine Zeit lang anschaut, wir sind jetzt hier am S&P 500, natürlich nicht jetzt in dem Moment, aber wenn man sich das jetzt einmal über ein, zwei Sessions anschaut, was sich hier tut und wie sich der Preis beeinflussen lässt, wenn hier große Order reinkommen, überproportional große Order, ja, dann wird man schnell sehen, dass sich der Markt, so wie jetzt in dem Moment, ja, sind überproportional große Order reingekommen und zwar sind es 600 und im Schnitt haben wir zwischen 150 und 200 am Markt. Dass solche Aktionen natürlich den Markt bewegen, ja, ob jetzt in dem Falle, weil eben gerade auf der Käuferseite 600 drinnen sind, den Kurs noch weiter nach oben drückt oder nicht, das können wir jetzt natürlich im Vorhinein nicht wissen, aber irgendwer möchte hier eben den Markt beeinflussen. Und ein Spoofing ist es, wenn ich mir mit einem großen Konto, ich muss einmal 600 Orders in den Markt lenken können, damit fängt es einmal an, da brauche ich ein großes Konto. Spoofing ist eben die Aktivität mit Limit Orders den Markt zu beeinflussen, in einer Range zu halten oder eben versuche, dass der Markt abtaucht, ja, mit meinen Limit Orders, damit ich unten dann selbst einkaufen kann, dass ich einen billigeren Preis kriege zum Beispiel. Und Spoofing erkennt man auch, wenn der Preis hierher kommt, einen Tick vorher, wird der Algorithmus hergehen und diese 500 abziehen. Erst dann wissen wir, ob das Spoofing war oder nicht, ja, oder eben auf bestimmten Mustern, wenn man sich das in der Heatmap anschaut, ja, witzig, Überraschung, diese sind nimmer mehr da. Also es sind mindestens 200 abgezogen worden in dem Fall, also war mehr als zwei Drittel waren hier nicht relevant. Und man kann das natürlich dann, wenn man das Tape offen hat, ja, dann kann man natürlich sofort kontrollieren, leider haben wir es jetzt nicht offen gehabt, aber ich kann ja nachschauen, kann sofort kontrollieren, was passiert ist. Und ob diese Order, die drinnen war, eben eine Fake Order war, um eben gewisse Dinge zu erreichen oder ob die wirklich gefillt worden ist. Das heißt, ob sie wirklich durchs Tape gegangen sind und ob sie wirklich echt waren, ja. Und solange ich das nicht weiß, weiß ich auch nicht, ob dieser Marktteilnehmer, der da große Orders in den Markt legt, eben spooft, ja. Ob er Channeling macht, also Channeling ist nichts anderes, wie er möchte zum Beispiel, dass der Markt zeitwärts läuft. Dann sieht man oben und unten auf einmal riesig große Order und die restlichen Marktteilnehmer trauen sich weder auf die eine oder auf die andere Seite. Oder eben, wenn einer versucht, eben den Markt zu manipulieren. Es steht übrigens unter Strafe, den Markt zu manipulieren, ja. Wenn man es händisch macht, soviel ich weiß, und wenn das ein Algorithmus macht, steht es nicht unter Strafe. Also da gibt es ein paar Schlupflöcher und deswegen passiert das auch, ja. Und das ist eben die große Krux mit den Fake Orders hier drin. Da muss man extrem aufpassen, ja. Weil wenn man da nicht aufpasst und es sind hier auf einmal große Kauf Order drinnen, ja. Und dann sagt man sich, wow, die großen gehen da hier lang. Da sind 600, 700, 800 Kontrakte drinnen, vielleicht sogar noch auf zwei, drei Leveln. Und die Masse drückt dann auf kaufen und der zieht dann aber in der nächsten Sekunde seine insgesamt 1.500 Limit Orders ab und der Markt taucht ab. Dann ist man mit einer Long Position im Markt, ja. Und man weiß aber, wenn man es eben wie in einem Standardprogramm sieht, wie hier, dann weiß man nicht, warum das passiert ist. Dann hat man eben diese Information nicht, ja. Und wie gesagt, und das sind eben diese Dinge, das Volumen und Orderflow Trading ist kein heiliger Kral, nochmal. Aber es gibt eben extrem viel mehr Information her, ja. Und es ist, glaube ich, für den Händler nichts mehr sexy, als wie so viele Informationen, vor allem auch wichtige Informationen zu erhalten, die eben die Masse nicht hat. Und deswegen sind wir da und deswegen machen wir diese Tools, ja. Okay, ansonsten haben wir tatsächlich eine Frage noch offen, die, um zwar ob ein Heatmap integriert ist, aber das hattest du ja auch vorhin gezeigt. Ja, Heatmap ist integriert. Und kann man sich auch in der Aufzeichnung mal anschauen. Genau. Ist eine Frage jetzt reingekommen und zwar, ist eine Magnetfunktion für die technische Analyse in der Entwicklung? Nein. Nicht. Okay. In der Entwicklung befinden sich gerade mehrere Tools, also in der Entwicklung haben wir eben das Market Replay, ja, das demnächst kommen wird. Das heißt, der Kunde hat die Möglichkeit, sich eben den Echtzeitmarkt nochmal vorspielen zu lassen. Einerseits gut für Testzwecke, zur Strategieentwicklung, für alle möglichen Dinge. Also man kann sich dann sagen, okay, ich war jetzt diese Woche nicht am Rechner, ich möchte sehen, wie das Open am Montag war. Ja, und dann kann man sich das im Prinzip live vorspielen lassen wieder und kann man auch handeln, ja, in das Testkonto natürlich. Aber man kann das eben nachhandeln, da kann man ein paar Sachen machen. Und was auch ganz wichtig ist, weil immer die Frage kommt, was denn alles kommt, was es alles gibt und was alles kostet, für Atterskunden sind alle Module und Indikatoren, die wir entwickeln, gratis und werden das auch bleiben. Ja, die kosten nichts. Ja. Das war noch meine Ergänzung dazu. Das ist eine sehr gute Ergänzung. Der Frederik hat noch eine Frage und zwar, ob du ein BSP zu den Layout-Funktionen zeigen könntest. Zu den Layout-Funktionen, sehr gerne. So, da, da, kleinen Moment. So. Wir machen jetzt schnell zwei Demo-Layouts, eines für den S&P 500 und eines für den FDAX. Nehmen wir mal an, wir haben hier vier, fünf Bildschirme, ja, und man möchte nicht immer alles voll in den Bildschirmen knallen und man möchte einfach Layouts machen. Was ist ein Layout? Ein Layout ist im Prinzip eine Umschaltbox hier, wo ich die Märkte umschalten kann. Und ich zeige euch, wie man das ganz schnell einstellt. Wir machen hier ein Layout, das nennen wir S&P 500. Ja. Und wir machen ein Layout, das nennen wir FDAX. So. Jetzt habe ich hier FDAX und S&P 500. Sinn der Übung ist, dass ich mir für den FDAX meine Fenster herrichten kann und meinen DOM und mein Tape mit meinen Einstellungen, was ich habe. Und mit einem Mausdruck auf S&P 500 komme. Ja. Jetzt habe ich hier noch einen FDAX-Chart. Den legen wir jetzt schnell rüber auf FDAX. Dann machen wir hier noch dazu, damit wir ein bisschen was herzeigen können, Smart Tape. Und am FDAX brauchen wir kein Smart Tape, da möchten wir von mir aus einen DOM haben. Da machen wir einen DOM dazu. DOM ist gut, Smart DOM. So, FDAX, Smart DOM. So, jetzt habe ich hier demomäßig meinen Workspace für den FDAX mit allen meinen Einstellungen und was ich brauche. Und so, jetzt ist am FDAX nichts los. Jetzt gebe ich S&P 500, habe ich einen Mausklick und habe hier mein Setting für den S&P 500. Ja. Und das ist eben freiskalierbar. Man kann sich da Märkte reinlegen, bis der Rechner nicht mehr kann. Und kann man dann eben zwischen verschiedenen Layouts, Workspaces kann man hier wechseln. Ja. Was ich hier auch noch zeigen möchte, zu dem Thema, die zweite Funktion, die es gibt, wenn man Übersichtscharts macht. Ich öffne da jetzt einfach einmal ein paar Märkte. Ist eben die Watchlist, wo man seine Märkte drinnen hat, die man eben beobachtet oder handelt. Whatever. Und wenn ich hier eben auf FDAX gehe oder auf den Thresher, dann switcht mir die Gruppierung mit. Das heißt, ich kann schnell zwischen Märkte umschalten. Das ist eben die zweite Variante, was es zu den Layouts gibt. Ich kann hier aber auch noch hergehen und sagen, das Smart Tape ist auch rot. Ich möchte auch das Smart Tape wechseln. Ich möchte auch den Dome wechseln oder andere Elemente. Ja. Das funktioniert. Das wäre eben die zweite Variante. Diese Variante ist dann eher mehr für ein Monitor Systeme. Und mit Layouts oder eine Kombination aus beiden ist eben, wenn du mehrere Monitore hast und man hat eben wirklich verschiedene Charts, Einstellungen, fünf Doms, zwei Smart Tapes und so weiter und so fort. Braucht das Ganze aber dann am Gold zum Beispiel nicht. Und dann mache ich mal eben ein Gold Layout, wo ich meine Fenster so anordne und meine Module, dass es Sinn macht für mich. Ganz kurz möchte ich hier noch reintauchen, weil ich es ja fast vergessen habe. Jedes Fenster hat eine Screenshot Funktion. Das heißt, falls ihr mal einen Support braucht oder einfach, wenn ihr zeigen möchtet, was ihr gerade macht, ihr könnt mit einem Klick hier einen Screenshot machen. Das wird automatisch hochgeladen und ihr habt den Link, den ihr versenden könnt. Ich mache da jetzt einfach mal einen Screenshot. Ich muss nur vom zweiten Monitor schnell das Ding rüberziehen. Ihr kriegt einen Geyser-Link und seht ihr das. Habt das sofort online und könnt es weiter verschicken. Das ist das Erste. Und das Zweite ist noch das Verschachteln. Das Verschachteln aller Module und Fenster. Ja, also ich habe hier einen Chart geöffnet. Ich mache einen zweiten Chart auf. Ich mache meinen F-Tags auf. Ich kann aus diesen zwei Charts eine Gruppe machen, indem ich diesen Chart nehme, in das Fenster reinziehe, bis in der Mitte mein Icon kommt, dann kann ich sagen, ich möchte es rechts, links, oben oder unten andocken. Wenn ich es auslasse, habe ich nur noch ein Fenster mit beiden Charts. Ja, so kann man sich komplizierte Dinge machen, eben mit dem Tum, mit dem Smart-Tap. Es lässt sich alles verschachteln. Ja, und zum Rauslösen einfach rausziehen. Und wenn ich ihn in die Mitte ziehe, dann wird er nicht angedockt, sondern unten abgelegt. Jetzt habe ich da unten meine zwei Instrumente. Ja, ich kann mir hier über das Plus noch ein Smart-Tap holen zum Beispiel vom F-Tags. Dann habe ich den auch da unten drin. Also das ist dann eher die Variante auch für Menschen und Kunden, die eben nicht 100 Monitore in Verwendung haben, sondern eher vom Platz her begrenzt sind. Auch für die haben wir eben was geschaffen, was übersichtlich ist und was vor allem praktisch ist. Okay, dann vielleicht abschließend zwei Fragen dazu. Kann man diese Chart-Fenstermodule mit einem Namen versehen? Nein, ist nicht möglich. Es ist immer das Instrument angegeben und das Modul, wie es heißt. Man kann Layouts, wie gesagt, die kann man schon mit Namen versehen. Es lassen sich auch alle Workspaces und Templates speichern zur Weitergabe. Aber dass man diese Gruppierung hier, die hier stattfindet, die kann ich nicht vom Namen her ändern. Okay, dann wie gesagt, abschließend jetzt die letzte Frage. Wie kann ich ein verschachteltes Fenster temporär Fullscreen anzeigen und dann wieder an seinen Platz bringen? Diese Funktion ist in Entwicklung. Das Problem ist dieses, ich zeige es kurz live her. Wir wissen von dem Problem. Man hat jetzt hier einen verschachtelten Chart, verschachteltes Fenster. Man kann das natürlich Fullscreen machen, ganz normal. Aber wenn man jetzt haben möchte, dass eben nur dieser linke Chart Fullscreen gezeigt wird, muss man ihn leider Gottes bis dato noch rausziehen, Fullscreen machen und dann wieder rein stopfen in die Verschachtelung. Und es ist aber jetzt ein Button in Entwicklung, wo man wirklich mit einem Mausklick drauf drückt, dann geht das in Fullscreen, dann drückt man nochmal drauf und dann geht es zurück in die Verschachtelung. Es ist von der Programmierung her ein wenig komplexer, deswegen dauert das ein bisschen. Aber wir wissen von dem Problem. Wir möchten hier auch eine angenehme Lösung schaffen, dass das funktioniert. Okay, jetzt wirklich aber die letzte Frage tatsächlich. Was ist der Unterschied zwischen Workspace und Layout? Das ist relativ einfach zu beantworten. Der Workspace als Datei ist das gesamte Ding. Also das heißt, das ist alle Layouts, die du drinnen hast, alle Templates, die du drinnen hast, alle Einstellungen, die du drinnen hast. Das heißt, das als Gesamtes wird im Workspace gespeichert, kann man speichern. Ein Layout ist im Workspace die Möglichkeit, mehrere Layouts im Workspace zu machen. Das heißt, ich bin auch immer im selben Workspace. Im Workspace ist mein Layout-Selektor gespeichert. Im Workspace sind meine ganzen Layouts gespeichert. Und das ist eben das Layout. Das Layout ist im Prinzip nur ein Umschaltmodul. Das Layout ist wie ein Umschaltmodul und der Workspace, diese Datei, die man speichern kann, ist der gesamte Arbeitsbereich inklusive aller Layouts, aller Charts, aller Module. Also wenn ich zum Beispiel mein Arbeitslayout habe, zu Hause, ich speichere mir das ab und möchte das jetzt bei der Arbeit auch verwenden, mein Arbeitsworkspace, sorry, dann speichere ich diesen Workspace ab, mache ihn in der Arbeit auf und habe genau meine gleiche Arbeitsumgebung mit dem Layouts, mit allem drum und dran. Das ist, also der Workspace ist wie gesagt, das große Ganze, wo alles abgelegt ist und das Layout ist innerhalb des Workspaces das Umschaltmodul. Sagen wir es so, das ist recht einfach. Super, ansonsten kommen die ersten Feedbacks rein und bedanken sich sehr für das Webinar. Dem möchte ich mich auch wirklich anschließen. Sehr interessant und auch wirklich eine tolle Software. Genau, jetzt kommen sehr viele Feedbacks rein. Also war super, vielen Dank. Tolles Webinar. Toll, vielen Dank. Freut mich natürlich auch, dass Sie da entsprechend das Webinar gut angenommen haben und das für Sie interessant war. Ich bedanke mich sehr bei Michael, dass er sich die Zeit für uns heute genommen hat. Und ja, also wirklich, Michael, wenn du das sehen könntest, ganz viele positive Feedbacks. Das freut mich. Und Sie sind ja alle schon für den nächsten Termin bereits registriert. Also der erste, der erste, sechste ist dann der zweite Teil. Ich denke mal, hoffe, dass es nicht der letzte Teil wird, wo wir entsprechend weitermachen können. Ich bedanke mich schon mal an der Stelle für die Teilnahme. Wünsche einen schönen Abend und natürlich noch eine erfolgreiche Trading Woche. Und Michael, du hast sehr gerne das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, der Dialekt war dann doch nicht so schlimm. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit neuen interessanten Themen. Pfiat euch. Super, vielen Dank. Tschüss. Derteid�ücü. Bis dann. Derteidigung. Derteidigung. Derteid производ SHE jest der Stelle.